Stell dich aufrecht hin, Beine hüftbreit, Füße parallel nach vorne ausgerichtet, spanne die Oberschenkel und das Gesäß an, richte die Wirbelsäule auf, mach dich lang, Kopf schwebt über der Mitte der Wirbelsäule, atme tief ein und aus, nimm einatmen, die Arme über die Seite nach oben, streck sie, falte die Hände, dreh die Handinnenflächen zum Himmel, zieh dich lang, atme tief ein, ausatmen, beug dich nach rechts, einatmen, Mitte, ausatmen, links, einatmen, Mitte, ausatmen, Arme über die Seite lösen, linke Ferse auf die Stuhllehne, Daumen, Haken, ineinander, Arme weit nach oben, ausatmen, nach vorn zur Stuhllehne, Schienbein oder Oberschenkel, halte die Stellung und atme, einatmen, die Arme weit nach oben strecken, ausatmen, die Hände kommen zum Knie, zur Brust, ausatmen, lösen und nachspüren, rechtes Bein auf die Stuhllehne, Daumen ineinander haken, einatmen, Arme weit nach oben, ausatmen, nach vorne, Richtung Stuhllehne, Schienbein oder Oberschenkel, halte die Stellung, konzentriere dich auf die Atmung, einatmen, Daumen fassen, weit nach oben, ausatmen, kommen die Hände zum Knie, Knie kommt zur Brust, ausatmen, stehen und nachspüren. Dann halte mit den Füßen den Bodenkontakt und schüttle deinen ganzen Körper entspannt durch, lass los, mach dich locker, steh aufrecht und ruhig, spür nach. Vielleicht gönnst du dir die geführte Atemmeditation, die jetzt im Anschluss folgt. Schließe deine Augen, entspanne deinen inneren Raum vom Becken bis zum Schädeldach, entspanne deinen Stirnraum, also den mentalen Raum und schliesslich den ganzen Schädel. Verbinde dich mit deinem Atem, Stell dir deinen Atem vor wie eine Welle, die kommt und wieder geht. Schwinge mit auf den Wellen deines Einatmens und deines Ausatmens und überlass dich eine kleine Weile ganz dem Rhythmus deines Atems. Visualisiere diese Atemwelle, beobachte, wie die Welle kommt, wie die Welle geht. Stell dir nun vor, dass diese Atemwellen nun immer flacher und sanfter werden, bis sie nur noch als Kräuselung an der Wasseroberfläche wahrzunehmen sind. Verweile in diesem Zustand für die nächsten zwei Minuten und entspanne deinen Atem und deinen Geist tiefer und tiefer. Musik 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 Um die Übung zu verlassen, vertiefe deinen Atem. Atme einige Male tief ein und aus, bis du bereit bist, die Augen wieder zu öffnen. Musik